Ich mich auch. Ja! Links. Ich glaub wer ist dort. Scheiße, ich war irgendwie auf Schreiben auf Zartatur J oder so ein Shit. Achso. Schreib ein. Wir haben einen Mann verloren. Ja, schreib vor, wer steckt da aus? Meeensch, Kinnis. Ich schnau, ey. Ne. Äh. Also wenn ich wundern, der Merli und ich halt hier sind im TS deswegen. Ja. Ich hab Sonderrecht, ich darf... Mach's alles. Okay, das ist schon da. Ja, logisch. So langsam bin ich hier. Mann. Entschuldigung, mein Fiat komme ich nicht so weit. Ja. Ja. Los, Kinnis. Werden wir mal erleben. Außer Medic. Medic und Merli bleibt bei mir, der Rest rein da und hilft auch unseren Panzer. Also Fahrzeug, du wirst was ich meine. Du bist halt jetzt weg. Oh, ne. Einer Ausfall bitte. Kinnis, nur Medic und Merli. Der Rest, tschüss. Okay. Der Rest nicht. Alles ausladen. Ja, alles 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 alles. Also wir nehmen Police Station noch nicht an. Achso, das coole ist auch noch nicht angekommen. Äh, kenn das die Markierungen, die wo da vorne sind. Äh, das macht unser Squad ein. Das ist für euch. Nein, hier war gerade ein Gegner. Close by Police Station. Ja, hier ist noch mal bei mir. Üben wir uns. Hinter uns. Höchst, Süden. Äh. Bei Police Station. Südwestlich. Die schießen auf unseren Zelken mit dem Panzer. Ups, auf Mark. Zwei Gegner. Die sind im Gebäude bei Ups, auf Mark. Und bei mir. Scheiße. Ja, mich haben sie auch. Ich hab parkiert, Jungs. Wir sollen mit dem BD aber rausfahren mit Neaton. Wir haben uns dann gleich weggeholt. Genau da, wo es ist, sind die ATs. Geht mal in die Police Station rein. Cap Zone. Äh, bei mir. Bei mir. Flo, bei mir. Ja, ich hab einen bei dir. In den Squad Lead vielleicht nachher noch ein Backup Rallye irgendwo sitzen. Süden oder so. Mach ich dann. Fahren zwar mit mir, der Rest weiterhin rein. Ich hab auch ein Fahrzeug ran gefahren. Ja, ich hör was im Westen. Stryker irgendwo. Oh ja, im Feld, im Feld hier. Ja, ja. Ich seh ihn. Ah, der ist auch Stryker. Ja. Südwestlich im Feld von der Flanke. Ja, der hat mich markiert. Stryker. Ne, das hilft gegen, hilft gegen. Wieso schießt der Bradley mit Zip? Scheiße, der ist direkt hier. Der ist direkt hier. Bei der Sniperleiter. Ähm, nördlich. Oh shit. Infanterie im Norden. Östlich Kontakt. Cap steht. Jungs im Spilling Cap. Infanterie im Norden. Ja. Panzer ab. Den Panzer jagen. Der Rest rein dann. Wieso schießt der mit... Äh, schöne Kette im Norden. Wahrscheinlich Bradley. Ja, Kette im Norden. Hauptstraße. Bradley. Oh, ich werd von... äh... Kegner beschossen. Ja, nordwestlich, nordwestlich. Kette kommt auch aus dem Norden. Ekstasiv bei dir auf dem Dach. Ja, das ist vor mir. Neben dir Zip, Bro. Unter dir. Ja, irgendwas hast du getroffen. Ich hab was schreien gehört. Ja, der ist tot. Der hat aufgegeben gerade. Aber hier steht der Bradley auf der Straße. Baut jetzt mit dem Murdy eine Tau auf. Ne, hinter dir. Direkt. Von der Straße. Ich komm mal nicht. Ja, ich hab ich... Hab ihn, hab ihn. Ja, unsere Hupperschool ist schon... Ja, die sind die Kette im Norden. Haut die Kette wieder ab? Kette fährt weg, Richtung Norden. Oh, scheiße. Ich hab ein ganzes Squad gesehen. Beim Charlie-Marker. Da in Norden. Ist ein ganzes Squad. Der ist doch gut. Bei Bravo oder Charlie-Marker? Ne, Poma. Ja, Bravo. Hab ich Charlie gesagt? Ja, ich mein Bravo. Ich hab auch Kontakte hier im Nordwesten. War was? Bei mir? Mehrere Gegner. Sag mal's kurz. Die sollen mal nachflücken. Was pimmeln die noch an Flacke da rum? Die sollen mal herkommen. Grab zwei. Ich geb schon durch, aber... Ja. Ich hab euch mal hier aufs Rüttür in der Muni-Kiste hingestellt. Scott-Lied bei mir. Ach, das Prolob, na drach oben. Gegner. Ich bin westlich eurer Position, circa... 200... Ich richte mich aus. Äh, circa... 50 Meter, sorry. Ja, ja, warte, hier links, links ist einer. Die gehen auf Police, schätze ich mal, laufen an Häusern unten entlang, aber nicht von Norden, sondern von Dest kommen die rein. Vielleicht wollen die uns umlaufen. Mit Sicherheit sogar. Wauwies, wenn sie kommen, sind wir näher. Ja, ja, Lichtpumgekette. Kommt zwei Fahrzeuge aus. Schrauben die Fahrzeuge. Bradley kommt auch. Über Hauptstraße. Haben wir auch irgendein Fahrzeug, wo uns unterstützt. Ja, auf der Strasse ist. Charlie Macker. Gegner. Gegner. Bradley markiert. Achtung auf dem Hacker, es sind mehrere Feinde. Ja. Die sind close, die sind schon bei mir. Die sind bei mir. Die sind bei mir. Ja, Bradley hat Müll. Die wirkommensburger ProzentBY are the airplane advise device. Die vom Hacker geht. Der wurde geschwenkt. LOL Ich lad Munition nach, dann geh ich zum B Komm zum Lergy, ich hab bisschen Muni reingeladen Hier bei mir ist Gottlieb, ist Muni Kann jemand schnell einen Lergy Run machen? Nur mit Baustupplies und... Ist der BMP weg? Ja, der ist weg, der ist nach Westen weg War best Squad 3 bimmelt er immer noch bei Skull rum Ey, pfeift jetzt mal hier her, Mann Sehr schön Die haben einen Radio gefunden, deswegen hat es länger gedauert bei denen Vor dir ist jemand Bestes Hast du die Rauch geschmissen? Ja, bei dir Glaube ich Ah ne, das warst du selber Ey, das wurde mir nicht angezeigt, sorry Kommt der wieder Fahrzeug kommt Fahrzeug, äh, Fahrzeug, du musst mir gefallen tun Du musst, äh, bitte Supply Run machen, bitte 1-5-1-5 1-5-1-5 Ich komm zu dir, Nao, komm zu dir sehr schöne arbeit jungs sehr schöne arbeit ich lege schnell die markierungen kenners squad 3 greift jetzt nördlich die fob an das heißt wir müssen gar nicht der bradley ist nördlich von mir ich vermute dass er den repair irgendwo er kommt wieder näher jetzt kommt er wieder der panzer vielleicht sehen in action ja der klasse der kreuzung der dreht irgendwie um, ja der dreht um, ich glaub Squad 3 macht bisschen Feuer unter mit Ok Kinder, wir müssen so schnell wie möglich switchen, alle switchen, wir müssen gleich auf die nächste Flagge Ok, Panzerabwehr jagt ihn, der Rest geht rüber zu SWAT 4 Ok, wir müssen uns beeilen mit drüben, die verlieren es gleich wieder Ja, die sind alle da vorne Und die FOP ist da unten im Süd, ist des Abelt Vielleicht geht man noch einen zweiten Lutschi hierher oder so Das habe ich auch vorgehabt Ihr seid gleich mit Murdy in Rallye, also Backup Rallye Äh, stimmt, der M-Raptor auf der Karte? Nein, der ist wiederbett leer ungefähr Versucht so schnell wie möglich, einfach nur die Caps, auch mehr nicht Äh, Phantom versucht komplett über den Süden reinzukommen, Richtung unseren Rallye dann so rein Die Hauptstraße ganz unten Ja, ich höre den Wichser jetzt immer noch, den Bradley, der düster rum Vorsicht Paul, ich wurde was markiert mit dem Oh, ich werde ges- Ja, keine Chance Ach, voll Scheiße, ne, der, der hab' gewicht Schwach, ne, der, der hab' gewicht Ja, das ist denn Sniper, ne? Das war'n Sniper, oder? Ne, das war'n ne, das war'n ne, ne, normaler Wiflman Ne, ich mein' den, äh, häpp' ich Ja, ich mein'hä voll'n, äh, häpp'ig Oh die Kille kommen so mit. Scrableed auf der Hub abladen oder? Nein nein nein. Hier müssen wir zum Gottleed gehen und er soll einen Rallye machen. Kommt langgefahren irgendwo. So gibt es einen Dämpfer von mir momentan? Der Panzer ist im Norden hier. Panzer im Norden. Der ist ziemlich nahe. Noch eine Minute bis dahin. Das dauert zu lange. Neben unserem Rallye will ich die FAP sehen. Ich bin die nicht so close hier an. Surft zum Rallye. Ja nebendran, wo ich es markier, ist er mit den gelben. Da will ich immer den Commander wegnehmen. Wie viele Füße da zum Rallye machen hier? Musstabio wird zu zweit an den Squad Commander machen. LDI 1 Verträger, Panzer zu. 1 muss innen drin. Sie können es gegen Tank aufnehmen. Nein. Schauen wir mal ob das dann reicht. Das ich hier abladen kann. Hier hätte ich einen geschützten Weg. Wo ich parken kann. Schauen wir mal. 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 Nein, da ist keiner. Deswegen habe ich ja Bewusstsein genug. Durch frei ist ein Innenhof. Durch frei ist ein Innenhof. Schauen wir mal. Hier kommt ein Lodgy im Westen. Im Westen schon, das ist das Ried in der Begriff. Nach dem Sku zu spät. Der ist hier drückt. und reift du kannst ein bisschen zurückfahren, dann kommst du jetzt du kannst schon mal schlafen du kannst ablaufen ok ok oh verdammt die kippen zurück wir haben zu wenig Schritte gehabt, obwohl die anderen in den Augen sind die Panzer soll doch nicht immer abhauen, wenn ich auf dem Weg bin, das nervt wieso im Weg ist kein MBT der hier vorne ist ich glaube die Panzer wissen jedes mal, wenn scheiß AC zu denen kommt ja das haben wir, wir gehen die Flak nicht mehr die ist weg und eventuell in die Defense gehen gut, dass ich jetzt erstmal in den Commander stand und zerpflückt irgendwas von denen ja mein die Drohne hause weg danke alle in Cap, alle in Cap, schnell 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 kommt Kinder alle in den Cap rein Incent jeder versteckt euch einfach in diesen Apartments und guckt ein bisschen so aus dem Fenster wir müssen nicht pushen scheiße ja das ist Kriegerwetter Bradley hat nen Hit im Arsch Jungs, da müssen wir nach hinten aufhauen Jungs, da müssen wir nach hinten aufhauen Jungs, da müssen wir nach hinten aufhauen was ist der Mr. Bradley, er hat mich denn in den Arsch geschissen hier in die Gebäude, hier ist schon ein Cap Jungs kommt ran Bradley zieht mich ab Oh mein Gott Irgendwann was Ja komm, noch Gegner bei mir halt jetzt werde ich aber als Scherzer verarschen ja Straße Jungs, da haben wir nach hinten bei mir Cap Straße Wird vielleicht komisch an, aber ich kann von denen keine Fops sehen weit und breit nicht Vielleicht haben sie gar keine bei Compound vielleicht bei Compound vielleicht oder die Moschee da mittendrin aber ich glaube da kann man gar nicht rein ja, dafür werden wir die hier aber besser halten können ich glaube nicht, dass sie die da haben bestimmt nicht bei Compound das könnte nicht so leicht hier rein okay bei 355 bei der kaputten Mauer an der Ambroschee in der kaputten Mauer Ist hier irgendwo ein Medic? Ist hier irgendwo ein Medic? Hier unten? Jo, hier Ich komme gerade vom Plach Oh, ich setze dich! Sehr schön Ich Ich danke dir Ich danke dir Ich danke dir Die sind bei mir im Gebäude, ich höreste Ich komme zu dir Ganz kurz, Kinder, das ist der Heavy-AT, äh, ist frei Da schießt du die ganze Zeit einer mit dem M4, ich sehe aber nicht Ich sehe noch Infanterie Nord-Osten beim PTA, ja Die Gegner haben Policestation, Gegner haben Policestation, da ist kein Drauf, da hat ein Squadlead 6, dort sind die Fallen, ne, ein paar vereinzelte Gegner cap wieder, Gegner cap wieder, ja, die Policestation mit den Gegnern ist neutralisiert Und die, die hab da unten, finden da ne Schüssig, äh, scheiß, mach so schick Irgendjemand muss zurück zum Tisch, zurückkippen Müssen, ob ich jetzt schon was kriegen kann Ok, bin ich grad tot, bin runtergefallen, super BTR soll mal ein paar Leute einsammeln Ok, wir machen es so rum Äh, Phantoms spawnen unten, Murdy und ich gehen weg drunter, der Rest bleibt auf der Flanke bitte Ja, Feind, entspricht auf der Flanke, ja Feind, entspricht auf der Flanke, ne, der Flanke haben wir dispel Ja, Glück, vom Policestation ist schon abmarkiert, circa 300m weg von uns Die ist, dass wir mit der Flanke auf der Flanke zerreffen Warte, der D-Kompf Jungs, geht in Deckung Ne, wir warten an Kraft von einem Flugzeug K&A 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 Ab innen, ab innen. Der auf dem Dach lebt. Nein, da ist noch einer. Einen habe ich, da ist noch einer. Das ist nicht mehr, da ist dann. Da sind noch ganz viele im Osten hier bei mir, im Nordosten. Der pusht mich. Ich glaube der MBT ist wieder hier. Einen habe ich. Einer ist noch über mir. Ganz oben, ganz oben. Ganz oben auf dem Dach. Hab ihn. Kennst du, wie sieht es oben aus mit der Flagge? Äh, Cap steht. Sehr gut, weil wir Cap'n da zurück. Haus. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir nur mit Rally spielen. Keine Vor-... Wäre ja unser Glück, ne? Okay, äh, der Rest von unseres Scotley können raus aus Police Station. Der ist unten, der ist unten rechts, unten rechts, der ist raus. Unten rechts. Ich habe ihn gesehen. Scotley, ich würde mal in den Norden gehen, da ist so eine Gegner-Hub markiert. Ja, du schaffst im Haus bitte, mach das, mach das. Ja. Der Rest ganz mal wieder auf Main Street, ich mag hier jetzt einfach mit Move-Marker. Nums, ich glaube der ist hier bei mir auf dem Haus drauf. Ich habe noch Steps gehört. Okay. Ja, ich sehe ihn. Ist bekämpft. Snip er noch. Nice. Okay, wo war der? Hier im blauen? Ja, wir hatten einen Sniper hier bei uns im Süd-Osten oder Osten von Main Street. Ab, ab, bitte ich bin Cap'n bei Police. Gleich ist fertig. Die pushen mich fast jetzt von Norden, so auf Höhe von meinem Move-Marker runter. Ja, mir auch. Ist ready. Nice. Ähm, so und wer noch, da brauche ich jetzt zwei, die ihr da da standen, also die kommen jetzt von euch aus gesehen in Richtung Norden runter. C, senj, mach mal. Auf Charlie-Move-Marker oder wo Panzerabschützer ist? Charlie-Move-Marker, von dort aus kommen sie, auch aus Norden runtergelaufen. Okay. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, die haben sich die nördliche Straßenseite komplett zurückgeobert. Oh, nein. Oh, nein. Haben die nicht getroffen? Ich hab gedacht, die hätten nicht rasiert. Die müssten genau nördlich von euch zwei sein. Ich seh' nicht so. Ja, hab einen gesehen eben. Der ist aber zwischen den Häusern verschwunden. Die wollen auf wahre Höhe kommen. Ich schenke euch da oben ne Muni-Küste. Ich mach die ins Gebäude, die Muni-Küste unten hat geschossen. Oh, wo war der? Ich mach gleich oben. Ja, die sind noch ein bisschen. Happy Birthday. Mit Happy Muni und Kriegsman. Ich bekomme die zäcker Position. Ups, auf Mark. Charlie. Merde. Wo ist die Rutsche? Ich pushe jetzt mal kurz hin auf den Charlie-Marker. Ja. Ja. Wo ist der Bulge? Bulge Richtung. Kopier verstanden. Bulge ist irgendwas? An der Hub. An der Hub. Nördlich der Hauptstraße an dem Gebäude. Ja, ich mach hier. Ein unserer Hub oder was? Ja. Okay. Okay. Das sind hier die vorderste Front. Unter der Hub ist, äh, scheiße. Die sind bei mir in der Mieterin. Keine Ahnung von wo. Keine Ahnung von wo. Keine Ahnung. Charlie, observ. Relief ermutet. Hier ist alles voll bei mir! Leck mich am Arsch! Du kannst mich da rumschieben! Will ich für dich? Kenneth, ich mache jetzt einen Logi-Run, ich feine mich! Ja! Rallye sich jetzt halber gesetzt! Du? 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 Okay, also der Squad liegt hier oben, ist zwar ein gegnerisches Fahrzeug, ein Logi-Truck, aber nirgends noch hab Copy, schau mal! Guck mal, Westen! Siehst du die Markierung mit dem Fahrzeug? Ich glaube gerade da fahren die ehrliche Gegend! Guck mal! 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 Guck euch dran! Schauen wir mal auf die Stangen runter Ok wir haben ja Bruder geschaufelt Suchen wir ins Radio Der Typ hat es nicht mehr aufgeschaut Ok warte ich schaufel es ganz weg Ich schaufel es ganz weg Entschuldige bitte Oh zwei Pistols weggebrochen Scheiße Oh ja das ist ein Bradley Mir ist doch wieder irgendwas schweres unterwegs Kinder Neue Mission alle auf Compound drauf Morgen das Ding ist schon durch Aber trotzdem einfach alle rein Wie so ein Flüchtlingsboot Da ist jetzt halt ein Bradley ne Könnt ihr ihn markieren bitte schnell Für Squad 1 dann kümmern sie sich drum Ich weiß nicht wo du ist Nur Audi Kontakt Ah die haben wir schon Nice Kinder ist Nicer dicer Schöne Runde Schön war es Ganz klasse war es Schön war es Pro 44 Lecko Mio CPL du f*** Schon wieder 27 rein Aber egal Sehr gut gemacht Wir haben beste Squad Ich geh jetzt noch mal ne Shisha machen Jawohl viel Spaß Ich schaue Das war es чуд habe ich Eifel Vielen Dank